Trennbare und untrennbare Verben. Beispiel 1 Musst du einkaufen? Nein, ich kaufe nicht ein. Nein, ich kaufe nicht ein. Nein, ich kaufe nicht ein. Beispiel 2 Willst du bestellen? Nein, ich bestelle nicht. Nein, ich bestelle nicht. Nein, ich bestelle nicht. Und jetzt sie. Musst du einkaufen? Nein, ich kaufe nicht ein. Willst du bestellen? Nein, ich bestelle nicht. Musst du anrufen? Nein, ich kaufe nicht ein. Nein, ich rufe nicht an. Kannst du das empfehlen? Nein, ich empfehle das nicht. Nein, ich brauche nicht. Musst du aufräumen? Nein, ich räume nicht auf. Musst du das verbieten? Nein, ich verbiete das nicht. Kannst du das mitbringen? Nein, ich bringe das nicht mit. Willst du das erzählen? Nein, ich erzähle das nicht. Nichts. 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 Nichts.